Grüß euch, ich bin der Hans Schmidt-Laurenz, Nitro-Teamfahrer und das ist das Jeep-Rails. Es ist die ultimative Jeep-Waffe von Nitro. Es ist ein Park-Twin, das heißt Nose-and-Tail-Beich-Long. Es hat einen Flat-Out-Camber, es hat keine Vorspannung, es ist ein weiches Brädel. Es gibt in normaler Weite oder in wide. Wir haben auch wieder die Rail-Killer-Edge. Das ist extra für das gemacht, dass die Rails aushalten. Gesinter die Base wieder. Es ist weich verspült, es lässt Urban Riding im Park zu und wer gern sie im Rail-Garden aufhält, kommt mit dem Brädel auf seine richtigen Kosten.